schon ein bisschen nice... vielleicht könnte ich ja mal ne Hose... was hab ich denn jetzt hier? Fusionen... wäre so nicht so richtig was dann gut ist 30 minuten... was machen denn die weißen steine? aha ich müsste halt rein theoretisch mal die steine ja rausnehmen aus den dingern ok wie kriege ich denn die steine da raus? sag mal dafür müsste ich sie aber erst wieder anziehen vermutlich ich zieh die jetzt einfach mal hier raus ich weiß nicht ob das jetzt umständlicher ist ich könnte eigentlich auch mal wieder einen upgraden oder? du musst eis futtern? ja lass dir schmecken ne? hm ich meine prinzipiell was meinst du mit in einem chat? meine tasche sieht aber auch schon wieder gut aus ne? voice chat? achso ja weil das im stream mal so ein bisschen schwierig ist... so warte mal was machen wir jetzt... was könnte ich denn hier nehmen? 20% chance... oh... aber nur 2% chance ne? okay okay... okay... oh... ist sie nicht cute? bada bumm... leite rino... das ist so toll... das wäre wie vielホme und eine moon bedenken standards prospects würde ich nach supplementазieren, einfach nur 5-5-5-6-4-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-7-6-6-7-6-6-6-6-7-6-6 ö TM使-6-6-6-6-7-6-6-7-6-8-7-6-6-6-7-6-7-6-6-6-7-6-6-7-7-6-6-6-7-6-6-7-6-7-7-6-7-6-6-7-7-6-7-7-8-7-6-6-7% Warum habe ich hier Dingsbums? Ich habe hier irgendwie eine Quest, die mit Zeit ist, aber irgendwie... So viele Hunter hier am rum. Am Pia? Ist doch hier der Pia, oder nicht? Achso. Jetzt angel die! Ich muss so ein Unum irgendwas defaaten. Okay, rennen kann ich. Schon die ganzen AFK-Angler hier, weißt du? Als ob jetzt, ich versuche, wie du siehst? Das Beispiel. Ich muss so ein bisschen Adi. Ich kann mich nicht ändern. Das ist wirklich ein gutes Gefühl. ich verstehe was so ein fehler war okay auf mich ins gesicht zu schließen schick mich hätte mal rüber aber oh gott schaffe ich nicht oder nein ich will nicht muss es noch mal machen weil ich weggelaufen bin na toll was mit soll sie selbst rausfinden keine ahnung ich rate jetzt eigentlich nur die müssen gleichzeitig ins ziel nein warum okay warte ich schicke sie zuerst los wow warum ist sie so schnell warum ist sie so schnell was soll ich das denn machen er ist übel langsam der ist ja noch schneller ach komm schon na danke ich hab's gescheuert tak guckse va Huh? Do you like me now? There is an arm I am So, so, jetzt schickt er mich immer wieder hin, ne? So, warte mal Was war hier? Was hab ich schon gemacht? Wo will er hin mit mir? Die hab ich bei der Ann Ähm Hm Defeat Oumbato Aber wo ist der? Hm Hm What are you doing here? Habe ich aber nicht als Dings als Aufgabe, ne? Ich weiß nicht, was du hast, aber ich hab das nicht Ich erdrück halt mal gar nicht Äh, okay, ich will nicht wer da Hm Mhm, hab ich gesehen, ja Sonst brauch ich Level 30 für das nächste Ding Hm 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 Äh, also warte mal Ähm, wo ist denn hier der Boy? Da Hm 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 Warte, hab ich irgendwas übersehen? Hm Hm, no Eigentlich Habe ich doch alles Alles repariert, ja Wir haben alle Queste an Ja, ja, ich bin ja dabei Habe ich Habe ich Ich bin nicht so groß und nicht so winzig, sag mal Äh Äh Meinst du die Rare Grade oder was? Meinst du die, oder welche meinst du? Meinst du die, oder welche meinst du? Die meinst du wahrscheinlich Okay Okay, hm Hm, hm Hm Ich bin ja jetzt hier schon wieder gelandet Da schläft ein Drachen Nice to meet you Ja, ich sehe die Truhen Ich bin unsichtbar Ich bin unsichtbar Ich bin gar nicht da Ja Jetzt ziehen muss ich machen sogar Oh Nooo Sneaky mäßig Kommt nur einer Jetzt aber schnell Jetzt aber schnell Cool 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 Ey die Türen sind schon nice aus, ne? Schon geil die Portale Ja Dezent nice Da da di da 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 Ja, Ladebittschirm und so Mh, hm, 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 hm Mh, hm, 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 hm Ach komm schon Sehr gut Ich bin wieder hier Ich bin wieder Ich bin wieder na was du im Endeffekt sagen ähm ja, BDU zum Vergleich, ja bisher ist es ganz nice tatsächlich, also bisher ist es ganz gut was ist denn daran so witzig wenn ich BDU sage, hä was ist denn daran so lustig möchtest du etwas loswerden? Aua hey kannst du mir den mal so, jetzt lass mich hier in Ruhe meine Dings machen so ist leiser so, jetzt aber hm, was fehlt denn gerade Mushrooms warte mal, da hinten müssen wir hin hm, ja 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 okay Okay, sowas fehlt. Warte mal, irgendwo. Ach, den hier brauche ich. Okay, okay. So, einer fehlt mir noch. Okay, ich hab alles auf Coulon. Ähm... Okay, mir fehlt immer noch so ein blöder Skorpion. Okay, ja. Ähm... Aber bisher eigentlich nur zu kämpfen mit der ganzen Steuerungsscheiße, ne? So. Okay, die sehen ja auch fresh aus, ja. Huh. Ich fühle mich so ein bisschen wie eine Mischung aus Kuno und Sword, ne? So, ganz dezent. Warte mal, den bräuchte ich ja auch. Geht das der eine? Schon gut entspannt. So, äh, was fehlt noch? Okay, das haben wir erstmal. Ich hab einfach so viel Scheiße dabei. Warte mal, jetzt hab ich das... Ähm, ja, hallo? Äh, mir fehlt ein Gorilla. Awesome. Äh, so... Pilze fehlen mir noch. Ist das die hier? Ne, uah, ey. Das hat ja geklappt. Ach da. Immer diese Pilze, die angreifen. Okay, so, ähm... Was hast du denn da? Für ein Shit. Die übelst Bansi aus. Ich hab hier so ein Meteor... äh, Meteor... Das sieht auch übel gut aus. Okay, warte mal. Jetzt fehlt noch... Immer noch dieser Umbato. Wo ist denn da hin? Da hinten. Bin auf dem Weg. Schon ein bisschen anders, nice. Na doll. Okay, okay. Aber das auch erledigt. Okay. 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 40k Gold. Easy. Jetzt müssen wir... Ich hab eigentlich meine Rüstung repariert, ne? Ich weiß nicht, warum ich das immer noch als Quest habe, ehrlich gesagt. Ich versteh's nicht. Ich bin auch auf anders gegangen und so. Also alles reparieren, bla. Hm, was wir claimen. Okay, genau, was das war. Achso. Ja, gut. Da hast du natürlich recht. Könnte ich vielleicht mal tun. Gut. Hab ich noch was bekommen? Nee. Bist du schon rüber? Okay. Oh, diese Stamina schreien, oder? 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 Oh, die Arme. Die Kulturelle Dimensions. Aha. Mhm, mhm. Sieh, wie die Oma dem durchsbämmen, der gewiss ist, ähm. Okay, okay.